So, heute gibt es eine kleine Kopfübung. Und zwar nimm mal rechts und links deinen Zeigefinger und mal mit beiden Fingern zwei Quadrate oder Rechtecke in die Luft. Rechts wie links. Das dürfte ja erstmal kein Problem sein. Und jetzt beginn mal mit deiner rechten Hand. Nur mal einen Strich früher wie links. Aber zeichne nach wie vor zwei Quadrate in die Luft. Und nicht irgendwelche anderen Figuren. Ein Rechteck darf es sein. Weiß nicht, ob das bei mir genau quadratisch ist. Aber ein Strich beginnt die rechte Hand vor der linken Hand. Klappt gut? Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Üben. Vielen Dank. Vielen Dank.